Jedermann wäre natürlich gerne 1,90 Meter groß, aber Leute, die Realität sieht einfach anders aus. Es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen, es gibt breite Menschen, es gibt dünne Menschen und Leute, das ist auch gut so. Aber wenn du als Mann jetzt einfach etwas kleiner bist, aber etwas größer wirken möchtest, dann gibt es da so kleine, aber feine Stellschrauben und so kleine Styling-Tricks, die du anwenden kannst, damit du direkt einfach etwas größer wirkst. Tipp Nummer 1, monochrome Kleidung. Simpler geht es eigentlich kaum. Wenn du nämlich ein Oberteil an hast, was von der Farbe her identisch ist zu deiner Hose, dann wirkt deine Silhouette und dein kompletter Oberkörper einfach etwas lang gestreckt und einfach etwas größer. Also echt super simpel. Ich würde dir an dieser Stelle aber empfehlen, keinen Quietschgrün oder einen Knallrot zu nehmen, sondern versuche einfach zum Beispiel ein Dunkelblau zu nehmen oder ein Beige zu nehmen. Das ist einfach zum Kombinieren für den Anfang wesentlich einfacher. Außerdem sind monochrome Looks in diesem Sommer up-to-date. Da hast du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn du siehst mit dem monochromen Look einfach etwas größer aus und du bist auch noch up-to-date. Tipp Nummer 2, Längsstreifen. Hast du vielleicht schon mal gehört? Wenn du zum Beispiel Kleidung trägst mit Längsstreifen, dann wirkt dein Oberkörper einfach etwas länger gestreckt. Wenn du das nächste Mal shoppen gehst, dann achte einfach darauf, dass du vielleicht ein, zwei Pieces auswählst mit Längsstreifen, dann wirkst du am Ende des Tages einfach etwas größer. Tipp Nummer 3, vermeide große Logos. Das Prinzip, was ich gerade mit Längsstreifen erklärt habe, das gilt natürlich auch für Querstreifen. Wenn du Oberteile an hast mit Querstreifen, dann wirkst du einfach etwas breiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Hoodie an hast mit einem Logo drauf, was quer hier fett vorne drauf ist, dann wirkst du auch einfach etwas breiter. Also das gleiche Prinzip, was mit den Längsstreifen angeht, gilt natürlich auch für Querstreifen und auch für Logos. Also wenn du zum Beispiel etwas kleiner bist, dann versuch einfach Oberteile aus deinem Kleiderschrank zu entfernen mit fetten, breiten Prints drauf, denn die lassen sich einfach etwas kleiner wirken. Weitere Tipps zum Thema Outfit und Stylings findest du übrigens im ManStyleGuide. Das ist ein E-Book, kannst du dir ganz einfach auf dein Smartphone runterladen und mit dem Gutscheincode DanielCorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Tipp Nummer 4, finde einen passenden Schneider. Wenn du zum Beispiel Teile im Kleiderschrank hast, die einfach ein bisschen schlabberig sind oder in denen du dich einfach ein bisschen zu klein fühlst, die einfach ein bisschen zu groß sind, mit den Teilen gehst du zum Änderungsschneider und die lässt du einfach so umändern, dass die am Ende des Tages nachher perfekt sitzen. Wenn die Kleidung nämlich einfach etwas zu groß und etwas zu schlabberig ist, dann staucht das deinen Körper zusammen und dann wirkst du nicht größer, sondern kleiner. Deshalb ist es echt enorm wichtig, dass der Fit der Kleidung perfekt ist. Gerade was zum Beispiel Hosenbeine angeht, wenn du zum Beispiel eine Hose hast, die von den Hosenbeinen einfach viel zu lang ist, dann wirkst du einfach kleiner. Ist ja logisch. Deshalb lass deine Kleidung und vor allen Dingen auch deine Hosenbeine perfekt anpassen. Tipp Nummer 5, trage Schuhe, die dich größer machen. Du musst jetzt keine High Heels tragen, keine Sorge. Aber wenn du zum Beispiel Stiefel oder Boots trägst, die vielleicht einen minimalen Absatz haben von so 1-2 cm, dann wirst du natürlich auch ganz schnell 1-2 cm größer. Zusätzlich kann ich an dieser Stelle noch einen Pro-Tipp geben. Wenn du zum Beispiel Schuhe trägst, die einfach ein bisschen klobiger wirken, die zum Beispiel so eine abgeflachte Schuhspitze haben, die wirken einfach generell etwas klobiger und das macht dein Bein optisch gesehen auch etwas kürzer. Versuche diese Schuhe einfach aus deinem Kleiderschrank rauszuwerfen und versuche anstattdessen Schuhe zu wählen, die einfach etwas langgezogen sind. Also eine lange Spitze haben, dann gibt es halt den Eindruck, dass du einfach etwas längere Beine hast und dann wirkst du auch somit einfach etwas größer. So einfach ist das. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Jonas Flören. Jonas, vielen lieben Dank für deinen Support hier auf YouTube und wenn du auch mal Grüße werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nacht auf mein Community-Phone. Weitere Videos zum Thema Outfit und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, ein perfektes Outfit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.